Was passiert mit dem Herz durch die Mantra-Wiederholung? Das ist eine besonders schöne Frage, die mir gestellt wurde. Was passiert mit dem Herzen durch die Mantra-Wiederholung? Ja, das Herz öffnet sich. Das Herz wird weit. Das Anahata-Chakra, das Herz-Chakra wird weit. Wenn du Mantras insbesondere singst, dann spürst du große Freude, du spürst Liebe. Angenommen, du hast irgendwo eine Kränkung gehabt oder du bist traurig, du bist emotional durchgewühlt. Es gibt nichts Besseres, was dein Herz heilt, als Mantra singen, vor allem in einer Gruppe. Also wenn du irgendwo verzweifelt bist oder irgendwo emotionale Probleme vielleicht in der Partnerschaft hast oder irgendwo tief gekränkt wurdest, enttäuscht wurdest, Mantra singen heilt das. Und natürlich, angenommen, du singst einfach Mantras, während dir es gut geht, dann spürst du vom Herzen plötzlich grundlose Freude, eine starke Liebe. Du kannst im Herzen das Göttliche spüren oder du spürst von oben, wie göttliche Kraft in dich hineinströmt und dein Herz berührt. Wenn du Mantra singst, du weißt, was mit deinem Herzen passiert, während du Mantra singst. Es ist etwas Wunderschönes, genieße es, singe Mantras, wiederhole Mantras, lass sie auf dich wirken.